Nathalie und Norman erklären die E.N. Heute Jogi Löw, der Mann mit der Todeskralle. Ohlala, ich kann nicht hingucken. Guck mal, der Bundesklinik fällt sich in die Hose. Na und, das ist gute germanische Tradition. Jeder macht das. Fast jeder. 80% von euch und ich grauen sich auch mal an den Eiern. Und daher ist alles gut. Alles gut, da ist überhaupt nichts dabei. Übrigens, Nathalie, habe ich dich heute schon anständig begrüßt. Was soll die Aufregung? Der Bundestrainer muss einfach bisweil das Mittelfeld neu ordnen und vielleicht manchmal mehr auf rechts stellen. Monsieur Löw, gibt es keine andere Möglichkeiten, seine Sache in der Hose in Ordnung zu bringen? Andere Wege kenne ich nicht. Wichtig ist doch, dass eine Mannschaft eine Einheit bildet und jeder dem Vorbild des Trainers bedienungslos folgt. Herr Podolski, noch mal nachgefragt, wie oft nutzt ein Nationalspieler die Möglichkeit, sich in oder an die Hose zu fassen? Ja, das Angebot ist da, jeden Tag. Und wir können das also selbst entscheiden. Gibt es auch die Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen? Ich habe noch keine Einladung bekommen. Vielleicht kommt sie ja noch. Auch nicht vom Bundestrainer? Wenn er mich einnimmt, bin ich natürlich dabei. Und wenn nicht, dann bin ich irgendwo in Köln unterwegs. Was es nicht alles gibt, das Internet spielt verrückt. Die sozialen Medien überschlagen sich. Gefallene Stars, beleidige Stars, Kommentare von ehemaligen Stars und die wahren Stars, die wahren Helden. Boateng erobert das Netz. Die Stütze in der Not, der Tatortreiniger, die unüberwindliche Berliner Mauer, alle liegen Boateng zu Füßen. Herr Boateng, Sie sind der zweitstärkste deutsche Fußballheld aller Zeiten, sagt zumindest Facebook. Ich weiß nicht, was das ist. Schön, da ich Zweiter bin. Held Nummer 1 im Netz ist natürlich der Bundestrainer. Seine unwiderstehliche Körpersprache hat zu einem Duft von Freiheit und Abenteuer geführt. Sack, der Jogi Löw. Ja, und jetzt sag nicht, Sack, der Duft der Frauen provoziert. Nein, aber vielleicht Sack mit Jogi kam die Zärtlichkeit. Komm, probier doch einfach mal. Bääääh! Achtung, lauter dich! Achtung! Ich lasse das noch! Ich lasse das nicht! Sack! 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 Sack!